Zum 72. Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putin gratulieren ihm ultranationalistische Kreise. Der Ideologe Alexander Dugin wünscht Putin auf Telegram, Gott schütze den Zahn, und unterstreicht damit die starke Verehrung, die Putin in Teilen der russischen Bevölkerung genießt. Dugin, ein Verfechter eines neuen russischen Imperiums, in dem auch die Ukraine eingeschlossen sein soll, gilt als enger Unterstützer der Politik Putins. Auch Ramzyn Kadyrov, Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien, nennt Putin in seinen Glückwünschen auf Telegram den nationalen Führer und betont die Bedeutung dieses Tages für das gesamte Vaterland. Kadyrov, der sich als Fußsoldat Putins bezeichnet, gehört zu den lautstarken Unterstützern des russischen Präsidenten. Putin, der seit fast 25 Jahren an der Macht ist, gewinnt im März 2022 die Wahlen mit einem Erdrutschsieg, nur wenige Wochen nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Seine aktuelle Amtszeit, die sechs Jahre andauert, könnte ihn zum längsten amtierenden russischen Staatsoberhaupt seit über 200 Jahren machen.